Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Lieblingsforstjongen Maxim. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, euch mehr Marken regelmäßiger zu zeigen, die meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben Indie-Brands, wir haben Marken von Creatorinnen und Creatern, die letztes Jahr und in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele tolle Produkte rausgebracht haben, über die meiner Meinung nach aber zu wenig gesprochen wird. Und anstelle von Marken, die ihr immer kennt und wo eigentlich immer gute Produkte rauskommen, weil wir das mittlerweile einfach schon wissen und die wissen, wie es funktioniert, wollte ich dieses Jahr ein bisschen öfter auf Marken eingehen, die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, denn wir haben heute wirklich, ja, vor allen Dingen drei Marken hier, vier Marken hier, die meiner Meinung nach wirklich viel Liebe brauchen und das auch zu Recht. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust und dieses Video steht auch in Zusammenarbeit mit Purish. Ganz wichtig, das ist kein bezahltes Video, also ich kriege kein Geld für dieses Video. Der Code, den ich euch unten hinschreibe, ist auch kein Affiliate-Code. Ihr könnt damit nur 20% auf das gesamte Sortiment bei Purish sparen. Und ich dachte mir, da passt das Thema ganz gut, weil Purish Ziel ist es, Marken eine Plattform zu geben, die sonst vielleicht nicht unbedingt eine Plattform haben. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen freue ich mich, dass wir uns jetzt einen wirklich wunderschönen Look ins Gesicht zaubern. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt und das ist der Nabla Angel Aura Primer. Den solltet ihr schon kennen, wenn ihr zu den aufmerksamen Mäusen gehört, denn der war letztes Jahr im Sommer in meiner eigenen Purish Mystery Box, beziehungsweise war das ja so eine Pride Box, wo wir den Erlös gespendet haben. Und das ist Tatsache einer der einzigen oder einer der wenigen Primer, die ich wirklich benutze. Den Elf Hydrogrip Niacinamide Primer benutze ich und den, weil ich bei denen wirklich feststelle, dass er etwas anderes macht. Das ist mittlerweile meine vierte Flasche. Ich habe ihn euch ja auch immer in dem Aufgebraucht-Video gezeigt. Es ist ein Radiant Plumping Serum Primer. Du kannst den ohne Foundation benutzen. Das finde ich ganz spannend bei dem, weil der auf der Haut wirklich dieses, ja, so schon fast Liquid-Gel-artige Finish hinterlässt und der hat einen leichten Glow mit drin. Gerade jetzt, wo meine Haut extrem trocken ist. Ich mache ja im Moment sehr, sehr viel mit Retinol und pflegenden Produkten, die aber die Haut trotzdem erstmal so ein bisschen mitnehmen. Und dafür ist der perfekt. Gerade im Winter, wenn ihr eine trockene Haut habt, wenn ihr diese trockenen Stellen an der Haut habt. Ich habe zum Beispiel hier so einen kleinen Pickel. Da gehe ich wirklich schön mit dem Primer hin, dass ich die toten Hautschippchen, die sich noch nicht lösen lassen, so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorge, dass sie wieder so ein bisschen aufquellen. Das klingt immer nicht ganz so schön, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen, weil ihr sofort auf der Haut dieses Gel-artige Finish habt. Das ist einer der besten Primer, die es gibt, meiner Meinung nach. Und ich habe dazu mein ganzes Video gemacht, weil ich herausfinden wollte, ob der wirklich was macht. Und der sorgt dafür, dass das Make-up wirklich lange hält. Der wird auch nicht so klebrig wie der Milk Hydro Grip Primer oder der Elf Hydro Grip Primer, sondern der hat einfach das perfekte Finish und die Haut sieht super radiant aus. Und, ihr merkt, ich kann viel über diesen Primer erzählen, wenn ihr eine hochdeckende Foundation habt, die aber, oder ihr an dem Tag nicht so Lust auf Full-Full-Coverage habt, einen Pumpstoß von dem Primer, einen Pumpstoß von der High-Coverage-Foundation zusammen gemischt, habt ihr da wirklich ein phänomenales Finish. Also große, große Empfehlung. Ich habe euch nochmal ein kleines Stückchen näher geholt. Eine Sache wollte ich einmal ansprechen, meine Haare. Viele hatten sich gefreut, dass ich keine Mütze mehr trage. Und ich kann euch jetzt auch endlich sagen, warum ich jetzt endlich keine Mütze mehr tragen muss. Ich hatte, nachdem ich krank geworden bin, letztes Jahr im August, nach zwei, drei Monaten, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich hatte den schlimmsten Haarausfall meines Lebens und ich hatte die schlimmste Schuppenflechte meines Lebens auf meinem Kopf bekommen. Und das habe ich jetzt nach einem halben Jahr endlich in den Griff bekommen. Und mir sind büschelweise die Haare ausgefallen. Mir ist die Kopfhaut wirklich... Es war furchtbar und ich saß hier teilweise abends und habe geweint, weil ich mir so schlecht vorkam und ich auch nichts mehr gemacht habe. Ich habe meine Haare dann irgendwann nicht mehr gewaschen oder lange nicht gewaschen, eine Woche teilweise nicht, dass die Haut sich ein bisschen beruhigen kann. Es hat alles nichts geholfen, bis ich tatsache auch Medikamente bekommen habe, die das Ganze geregelt haben. Jetzt war ich beim Friseur und sah aus wie ein kleiner, lieber Junge. Und jetzt muss ich auch nicht mehr so auf eine Mütze tragen. Da freue ich mich riesig, weil das ist halt so ein Teufelskreis, ne? Alright. Ich habe meine Mischplatte einmal vorgeholt, denn ich will auch gleich nochmal diese Foundation hier benutzen. Die habe ich lange nicht mehr benutzt, weil die nicht so richtig meine Farbe hatte. Aber das ist die Inside Out Skin Realist Mascara von Nabla. Äh Mascara. Foundation von Nabla. Das ist eigentlich wie so eine BB-Cream mit ein bisschen mehr Deckkraft und einem krassen Finish. Die ist in der Farbe 3 Medium. Das ist nicht so wirklich meine Farbe, ihr seht schon, ne? Das ist ein bisschen gelblastig. Aber ihr wisst ja jetzt, dass ich, kleine Maus, dieses Ding hier habe. Den Carmo Color Corrector. Der sorgt dafür, dass ich die Foundation ein bisschen spannender hinkriege und ein bisschen passender vor allen Dingen hinkriege. Das hatte euch, das Video hatte euch sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für den Zuspruch da. Ja, ich nehme Pinsel und mische mir das Ganze so ein bisschen zusammen und dadurch passe ich die Farbe an, nehme tatsache so ein bisschen das Gelb weg. Ein bisschen geht da noch. Die ist nämlich recht gelb. Es gibt das auch, habt ihr mir geschrieben, von LA Girl. Vielleicht gibt es das sogar bei Pyrrush, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich, funktioniert es damit sehr, 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 sehr gut. Das war höchstwahrscheinlich schon viel zu viel. Aber ich benutze den Crash Cosmetics Pinsel. Das ist, ich habe gestern mit Luisa geschrieben, weil ich ihr sagen wollte, dass das wirklich der beste Foundation Brush ist, den ich kenne. Der wird wohl im März oder April bei ihr auch einzeln verfügbar sein. Der war ja im Adventskalender und der ist so phänomenal gut, dass, ohne Witz, ich habe meine eigenen Pinsel. Aber ich würde euch niemals etwas nicht sagen, nur weil es verkaufsschädigend, in Anführungszeichen, für meine eigene Marke sein kann. Wenn Luisa einen krassen Pinsel rausbringt, beziehungsweise Crash Cosmetics einen krassen Pinsel rausbringt, dann finde ich, gehört sich das auch zu sagen. Und das ist der beste Foundation Brush, den ich kenne. Der ist so ein bisschen schräg und ich hoffe, dass der ganz, ganz schnell einzeln nachkommt, weil ich den dann unbedingt nochmal brauche, weil ich tatsächlich wirklich auch nur diesen einen habe. Gibt es auch als Concealer Brush, aber der ist 12 von 10. Ihr seht, die Foundation in Kombination mit dem Primer ist echt krass. Also ihr habt dadurch, das ist eher so ein Make-up für trockene Haut. Also wenn ihr eine normale bis trockene Haut habt, ist die Base jetzt zumindest genau das, was ihr braucht. Denn die sorgt dafür, dass diese toten Hautschäppchen, diese trockene Haut reduziert wird. Das Ganze, ich hole euch gleich sehr nah ran, sieht frisch, sieht gesund und sieht natürlich aus. Schaut euch immer bitte kurz das Finish auf meinem Handrücken an. Das ist nur der Primer. Und der sorgt wirklich, also das ist ganz spannend, der legt sich wirklich wie so ein Film auf eure Haut, schützt eure Haut auch so ein bisschen vor der Foundation. Wenn ihr Probleme habt oder eine Foundation habt, wo ihr sagt, okay, ah, es könnte sein, dass die so ein bisschen dafür sorgt, dass ich Pickelchen bekomme oder Unterlagerungen bekomme, der legt sich wirklich wie so ein Schutzfilm zwischen die Foundation eurer Haut. Und jetzt schaut euch bitte einmal das Ergebnis auf meiner Haut an. Denn das ist, das ist ein ganz nah. Das ist wie so ein Feuchtigkeitsfilter auf der Haut. Und im Prinzip müsste ich das Ganze jetzt noch nicht mal setten durch, diesen, der Primer, ne? Wenn ihr irgendwas aus diesem Video mitnehmt, nehmt den Primer mit, weil der verändert wirklich das Make-up. Das Ganze sieht, also du siehst nur so ein paar Stellen durch. Das ist jetzt nicht die deckendste Foundation. Es ist, wie gesagt, nur so ein Skin Tint, Skin Balm, wie auch immer du es nennen möchtest. Er sorgt aber einfach dafür, dass das alles richtig schön und frisch aussieht. Meiner Meinung nach, einer der sehr unterschätzten Marken ist Made by Mitchell. Ihr werdet sie mit Sicherheit schon kennen. Ihr folgt ja natürlich auch anderen Creatorinnen und Creatoren, die mit Puresh zusammenarbeiten. Und Puresh ist, glaube ich, der einzige Online-Shop in Deutschland, der Made by Mitchell führt. Und Made by Mitchell hat einen Riesenerfolg durch diese Blurshes gehabt. Die gibt es in allen Möglichkeiten. In den Blurshlights, die haben dann so ein bisschen Schimmer drin. Es gibt die in den normalen Blush-Shades. Es gibt die mittlerweile aber auch als Bronzer. Ich habe die Farbe Tickle Taupe. Das ist leider nicht meine Bronzer-Farbe, glaube ich. Wobei, wir könnten es probieren. Wollen wir es mal probieren? Wir geben uns den... Ah, der wird nicht dunkel genug sein, leider. Ist recht warm. Da hat Mitchell echt was Krasses gemacht, weil der so oder die Textur so vielseitig einzusetzen ist. Du kannst die entweder als Blush oder als Bronzer benutzen oder als Highlighter. Du kannst sie aber auch auf den Lippen und auf den Augen und auf deiner Mutter, deinem Vater, deinem Garten und wahrscheinlich sogar auch noch auf deiner Hauswand benutzen. Die sind sehr, sehr vielseitig einzusetzen. Das ist leider nicht meine Farbe. Es gibt die jetzt aber als Bronzer-Töne in sehr, sehr vielen Farben. Das ist, wie gesagt, nicht so unbedingt das, was ich jetzt gebraucht hätte. Damit kann man aber seine Foundation auch wieder ein Stückchen dunkler machen. Also, ich habe hier beispielsweise eine, die ist mir obviously deutlich zu hell. Und ich zeige euch das mal. Ein bisschen Blush. Mische das zusammen. Zack, andere Farbe. Alles so ein bisschen angepasst. Und das ist etwas, was... Ich habe mir viele Dinge für dieses Jahr vorgenommen. Das merkt ihr, ne? Das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr mehr auf die Feinheiten zu achten. Die Technik habe ich die letzten Jahre so ein bisschen gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich ein Concealer auszublenden habe. Ich weiß jetzt, wie ich eine Foundation auszublenden habe. Und wie ich ein Lidschatten zu machen habe. An so manchen Stellen muss ich aber noch arbeiten. Und das sind diese Feinheiten. Beispielsweise das Blenden von Lidschatten. Oder das... Das finden der richtige Farbe. Und das ist natürlich online. Ich kaufe natürlich viele Produkte online. Und da ist es immer super, super schwierig, die richtige Farbe zu finden. Und da ich das nicht schaffe, jede Woche zu Sephora zu gehen und zu schauen, mich beraten zu lassen, habe ich natürlich mittlerweile so ein paar Techniken entwickelt, mit denen ich das anpassen kann. Beispielsweise diesen blauen Concealer oder diesen Blurses, um einfach noch einen anderen Farbunterton mit reinzukriegen. Concealer ist einmal ausgeblendet. Die Base ist snatched. Schade, dass der Bronzer nicht meine Farbe war. Wir nehmen aber gleich den Blush. Das ist die Farbe Teach in Peach. Das ist meine Lieblingsfarbe. Gerade jetzt so für den Frühling. Sehr, sehr peachlastig. Geht so ein bisschen in die Apricot-Richtung auch schon. Und auch den arbeite ich mit einem Stippling-Brush ein. Und gehe hier erstmal grob rüber. Schaut euch das an. Die sind so pigmentiert und machen halt auch viel Spaß. Das ist jetzt so ein bisschen orangig. Damit gehe ich aber wirklich ein bisschen höher hin. Und mische mir das Ganze in den imaginären Bronzer mit rein. Weil ich dadurch einfach alles nochmal so ein bisschen aufgewärmt kriege. Ihr könnt das auch so ein bisschen um die Nase machen. In die Foundation mischen. Und das Make-up sieht gleich ein bisschen hochwertiger aus. Weil ich finde, und das ist ganz spannend, bei denen, und das verstehe ich noch nicht so ganz, das wirkt so, als wäre keine zusätzliche Schicht Make-up mit drauf. Das finde ich wirklich spannend, wie er das gemacht hat. Keine Ahnung wie. Aber wahrscheinlich funktioniert es, weil er ist sehr erfolgreich damit. Jetzt nochmal ein Stückchen raus. Ich habe hier das noch. Mal schauen, ob ich das noch benutze. Das ist ein Two Reasons Lightweight Cream Color and Glossy Balm für ein Effortless Natural Looking Flush. Ist auch von Nabler. Das ist auch spannend. Du hast hier einmal so ein Gloss drin. Den kannst du dir auf die Augen oder auf die Lippen geben. Oder mit diesem Blush zusammen mischen. Und dann hast du so ein Watery Blush. Ob das gut geht? I doubt it. Das ist, wenn ihr in Kombination mit diesem Orange, ist das schon nice. Das ist ein bisschen intensiver jetzt. Das trägt sich natürlich mit ein bisschen Puder auch gleich wieder so ein bisschen ab. Aber probiert mal, zwei verschiedene Blushfarben zu benutzen. Einen helleren, mit dem ihr etwas weiter nach vorne geht. Und einen dunkleren, den ihr ein bisschen höher setzt. Das liftet das Gesicht nochmal ein bisschen. Und macht das Make-up etwas spannender. Also große, große Empfehlung für die Blushes. Wie gesagt, gibt es in allen Farben. Wir machen das gleich noch auf die Lippen. Alright. Base is snatched. Ich liebe das Ergebnis heute. Das ist mein Make-up dieses Jahr. Smash. Microfiber Multi-Tool Mini. Ein bisschen unter den Augen. Und ein bisschen um die Nase, um es so ganz leicht fixiert zu haben. Und dann sind wir wirklich good to go. Ich habe euch noch zwei Lidschattenpaletten mitgebracht. Einmal von LH Cosmetics. Linda Halberg heißt sie, glaube ich. Ich glaube. Ist eine ganz, ganz wundervolle Frau. Perfectly Perfect Valentinstagspalette. Pinky Shades. So ein bisschen bierig. Sehr, 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 sehr schöne Farben. Ich glaube, wir mischen die gleich so ein bisschen. LH. Ich habe ganz, ganz viele Produkte hier, die mir LH selber zugeschickt hat. Wollt ihr dazu ein Video haben? Die Sachen sind ein bisschen teurer. Also das ist nicht Essence, sondern das ist eher eine doppelte L'Oreal Portion. Schreibt mir, ob ihr das sehen wollt. Weil ich glaube, dass sie ganz besondere Formulierungen hat. Ich glaube, sie war auch mal eine Creatorin selber. und hat dann dieses Make-up gemacht. Kommt aus Schweden und ist tatsächlich auch... Ist eine ganz, ganz spannende Kollektion, die sie da hat. Dominique Cosmetics kennt ihr. Das ist auch eine YouTuberin gewesen. Und die macht wirklich krasse Paletten. Ihr würdet jetzt sagen, das ist eine Basic, Basic, Basic Palette. Aber ich glaube, dass man eine Basic Palette braucht. Und es gab mal eine. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Falls ja, ich schreibe es euch hin und blende sie euch ein. Das war eine riesengroße Palette, mit der du alles machen konntest. Highlighting, Blushing, Augenbrauen, Lidschatten, alles. Die probieren wir jetzt mal aus. Ich fixiere mein Lid ganz kurz mit der Farbe Positivity. Einfach, um das hier so ein bisschen aufzuhellen. Damit könnt ihr tatsache auch so ein bisschen euren Concealer setten und ein paar Highlights setzen. Hier hinten vor allen Dingen um die Nase herum. Liebe ich halt. Wenn du so groß... Also das sind wirklich extrem große Fändchen. Nice. Komm, wir gehen heute mal Vollgas. Ich habe einen Look im Kopf. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Compassion. Das ist so ein Transition Shade Ton, ein klassischer Transition Shade Ton. Den setze ich mir recht hoch einmal schon mal hier rauf. Dominique Cosmetics ist made in Amerika. Creatorin, tolle Produkte, tolle Primer, die sie hat. Aber auch die Puderprodukte sind sehr, 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 sehr gut. Eine Blushpalette habe ich, glaube ich, von denen auch mehr gehabt. Genauso wie Luna Beauty. Das ist so ein bisschen, das werdet ihr bestimmt in den letzten Tagen gesehen haben auf Social Media, dass viel über Influencer Brands gesprochen wird. Dass die natürlich zu einer bestimmten Zeit alle kamen und das Ganze dann so ein bisschen abgesackt ist jetzt die letzten Jahre. Absolut, aber dafür will ich hier sein, um euch Sachen zu zeigen, die ich lobenswert finde. Und Dominique macht wirklich tolle Produkte. Sie ist völlig unproblematisch in meinen Augen. Die Frau, es gibt kein Drama um sie, soweit ich weiß zumindest. Und das macht sie sehr, sehr gut. Schöne Farbe kann ich mir gut als Bronzer vorstellen. Ich gehe auch gleich in die Farbe True Self. Es ist ein bisschen dunkler und setze mir das so ein bisschen hier in den Übergang, einfach um so einen leichten Shade-Shift zu haben, um es Ganze ein bisschen abzukühlen. Das wäre mir sonst ein bisschen zu warm. Okay, dann gehen wir ganz leicht schon mal in Schwarz, klopfen ab und blenden das hier erstmal grob rein. Es wird heute ein sehr, sehr dunkler Look. Ich habe den bei TikTok gesehen, glaube ich, und fand das so nice. Erstmal hier rauf. Mit dem Letizia und Max im Pinsel Nummer 4 gehe ich auch in das Schwarz. Und presse mir das wirklich komplett auf mein Lid. Es wird ein sehr dunkler Look, aber ich glaube, für abends ist das vielleicht auch mal eine spannende Sache. Das ist eins der schwärzesten Schwärze, die ich gesehen habe, ohne dass es so patchy geworden ist. Und dann habt ihr ein schönes Smoky Eye. Ich blende das Ganze hier hinten noch ein bisschen aus. Einfach, dass es hier ein Stückchen weiter nach oben geht und noch etwas weicher wird. Und im Prinzip würde das schon reichen. Das ist natürlich jetzt ein recht dunkler Look. Ich gehe noch ein bisschen mit Compassion mit rein und blende das Ganze aus. Aber ich liebe, ich liebe diese Moody Looks. Ich liebe es einfach. Für die Lippen nehme ich von LH die Crayons. Das sind 24 Stunden Long Lasting Waterproof Pencils. Die, egal wo du sie hin machst, funktionieren. Also du kannst sie auf den Lippen, auf den Augen als Lidschattenstifte benutzen. Sehr, sehr spannend. Ich habe ihn jetzt in der Farbe Nugget. Ziehe mir damit erstmal die Kontur. Oh, super cremig. Ich mache so ein bisschen und gehe jetzt mit dem Blush Bear rüber. Und so ein bisschen abzutönen. Mascara. Und ich muss sagen, wir haben ein wunderschönes Finish. Vor allen Dingen die Haut ist krass. Ich nehme jetzt hier noch so ein bisschen Pretty Kind. Als Highlighter. Und ich liebe, ich liebe es. Das ist sehr Moody. Das ist so ein bisschen geht schon in die Herbstrichtung. Aber vor allen Dingen die Base hat mir wirklich angetan. Ich bin super gespannt, welche Produkte von welchen Marken ihr sehr, sehr schön findet. Die eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Schaut euch gerne bei Purish. Um 20% gibt es, glaube ich, selten auf alles. Also egal, was ihr da holt. Es gibt sogar noch ein paar Sachen meiner Kollektion. Die Blush Palette habe ich gesehen. Also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr sie noch nicht bekommen habt. Ich mag es total gerne. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Marken sagt. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen damit gemacht. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns Mittwoch wieder zu einer neuen Limited Edition. Passt auf euch auf.